Moin Leute, letzte Woche haben wir über die Sicherheit von LFP und NCA Akkus geredet und was soll ich sagen, also auch LFP Akkus sind kein Spielzeug und können heiße, giftige Gase ausstoßen und natürlich auch für den Brand sorgen. Deswegen habe ich in Zusammenarbeit mit meinem Forum alles zusammengetragen, was wir zum Thema Sicherheit und PV Akkus wissen, also so wirklich von Bastler zu Bastler. Und vieles davon gilt sicherlich auch für gekaufte Akkus, also schaut es euch ruhig an, denn Wissen und Vorsicht schützen mit Sicherheit am meisten. Die meisten DIY-Batterien sind verpresst, so wie bei mir zum Beispiel zwischen zwei Platten quasi eingespannt. Warum ist das so? Die Lebensdauer der Zellen kann erhöht werden, wenn man die Zellen halt leicht komprimiert. Und soweit mir bekannt ist, liegt es daran, dass kleinere Gasbläschen in den aktiven Materialien in der Zelle entstehen und diese durch den leichten Druck halt besser ausgetrieben werden können. Wobei ich hierzu keine wissenschaftliche Literatur finden konnte, also auch hier bin ich immer noch nicht 100% sicher, ob das wirklich der Grund ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zellen einfach ein bisschen besser befestigt sind und so halt weniger passieren kann, einfach rein mechanisch. Das ist halt auch nicht so ganz verkehrt. In den Datenblättern von zum Beispiel Eve wird eine Kraft von 300 Kilogramm angegeben. Und das entspricht ungefähr einem Druck von 0,822 Bar. Und wer schon mal ein Fahrradreifen mit 0,8 Bar aufgepumpt hat, der weiß, das ist ziemlich wenig. Also das ist wirklich nicht viel. Das ist ein sehr leichter Druck. Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass wir die Nutzung von Zwischenlagen, also zwischen den Zellen quasi, relativ sinnvoll finden. Da diese originale blaue Folie ist relativ weich, also zumindest wirkt die so und nicht sehr dick. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Metallspäne dazwischen sind oder das Ganze durch Erwärmung noch was weicher wird und dann, wenn man es dann doch mit dem Druck ein bisschen übertrieben hat, was auch nicht gut ist für die Zelle, kann es aber tatsächlich zu einem Problem kommen oder wenn da Steinchen drin sind oder so. Und warum ist das ein Problem? Ja, unter dieser blauen Schicht hier, also wenn ihr hier so drunter guckt, dann kann man hier sehen, dass da die Aluminiumhülle ist und das ist in der Regel Aluminium. Und die ist elektrisch tatsächlich nicht neutral. Also in irgendeiner Form ist das zumindest ein bisschen mit dem Inneren der Zelle verbunden. Und das heißt, dass bei Kontakt der Aluhüllen, also wenn die aneinander kommen, dass dann Kurzschlussstrom fließen kann. Wobei wir unsicher sind, wie groß da ist, da der Widerstand ins Innere der Zelle relativ hoch ist. In meinem Fall waren es tatsächlich 12 Ohm. Mit einer Platte dazwischen ist es auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Ich denke, das wird auf keinen Fall in irgendeiner Form schaden. Ich persönlich habe da einfach ein paar günstige Resinplatten in China bestellt und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ja, der zweite Punkt, flexible Busbars. Die Busbar ist praktisch die Leitung, die die Zellen miteinander verbindet. Ja, darüber gehen in der Regel sehr große Ströme und die Leitungen müssen zum einen dick genug sein. Also ich habe da zum Beispiel eine Tabelle für die Stromstärken, aber auch entsprechend abgesichert sein. Also zum einen durch das BMS und am besten noch durch eine Schmelzsicherung. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Meistens sind diese Kupferbusbars dabei. Die sind alle relativ unflexibel. Ja, also man sieht es hier so ein bisschen biegen die sich, aber besonders flexibel sind die nicht. So und jetzt in meinem Fall zum Beispiel habe ich tatsächlich zwei leicht unterschiedliche Akkutypen oder hat unterschiedliches Herstelldatum und die haben ein bisschen unterschiedliche Höhen auch in den Zellen. Das heißt irgendwie, dass diese Busbar auf Spannung steht, wenn ich diese verwende. Und das heißt wiederum, dass eine mechanische Kraft auf die Pole wirken kann. Und das ist durchaus fatal. Ja, es ist auf jeden Fall nicht gut und deswegen nutze ich tatsächlich flexibel Busbars. Könnt ihr auch hier unten finden. Bitte, wenn ihr das macht, nehmt ordentliche, weil irgendwie jetzt hier Billigzeug zu nehmen kann, halt auch wieder sehr gefährlich sein. Der dritte Punkt sind Sicherungen und Leitungsschutzschalter ordentlich dimensionieren. Am besten sollte jede Leitung, die Strom führt, gegen zu hohe Ströme abgesichert sein. Das heißt irgendwie, wenn der Strom zu hoch ist, dann geht irgendein Schalter an oder irgendeine Sicherung brennt durch und dann ist das halt vorbei. Bei mir sind zum Beispiel alle Akkukabel und auch die Busbars auf 35 Quadratmillimeter ausgelegt. Dann kann ich mit der entsprechenden VDE-Tabelle nachsehen und ablesen hier unten, dass die Strombelastbarkeit bei ca. 158 Ampere liegt. Die Sicherung bzw. der Leitungsschutzschalter, je nachdem was ihr da verwendet, sollte also irgendwo bei 150 Ampere oder besser sogar da drunter liegen. Bei mir ist es ein NH0-Trenner mit Schmelzsicherung, der für 120 Ampere ausgelegt ist und auch das BMS-Trennt bei Überstrom. Also das ganze System sollte im Normalfall aber sowieso nur maximal 100 Ampere sehen, da ich nie mehr fahre. Ja, ansonsten habe ich noch einen Rauchmelder und einen Hitzesensor. Also ich persönlich habe einen Funk-Rauchmelder und einen Hitzesensor, der bei Rauch und Hitze auslöst und dann Alarm im gesamten Haus macht. Also wenn einer angeht, gehen alle im Haus auch an, weil mein System ja draußen im Container steht und es bringt relativ wenig, wenn das da piepst. Das muss ich halt auch einfach oben hören oder so, wo wir halt gerade schlafen. Das ist ein absolutes Muss. Also das müsst ihr euch halt auch überlegen. Es reicht nicht, wenn der irgendwo rumpiept und keiner hört es. Also wenn was passiert, muss man auch schnell reagieren. LFP-Zellen, die thermisch durchgehen, also im Volksmund brennen, wobei Ausgasen es hier in dem Fall wohl eher trifft, tun das bei ca. 300 bis 400 Grad Celsius, also bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen. Bei NCA zum Beispiel sind es um die 1000. Aber auch 300 bis 400 Grad reichen halt locker aus, um umliegende Teile zum Brennen zu bewegen, je nachdem, was da liegt. Also hier bitte versuchen, keine brennbaren Materialien rund um den Akku zu lagern. Holzkisten sind vermutlich auch eine relativ dumme Idee. Auch stark brennfördernde Kunststoffe zum Isolieren sind keine gute Idee in meinen Augen. Hier ist vielleicht Mineralwolle irgendwie etwas sinnvoller. Da habt ihr mehr Sicherheit auf jeden Fall. Ja, wenn es dann doch passieren sollte, das entstehende Gas ist potenziell giftig. Also hier ist ebenfalls Vorsicht geboten, falls ihr da irgendwie rangehen wollt. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, günstige China-Zellen. Besser sind immer gute Grade-A-Zellen direkt vom Hersteller. Also bei uns sind zum Beispiel viele, die bei Eve direkt bestellen. Da haben wir bisher noch nichts Negatives gehört. Es gibt auch diese Grade-B-Zellen von günstigeren Alibaba-Versendern wie Basen und so weiter. Die sind oftmals guter Qualität, aber da sind immer wieder auch faule Eier dabei. Also Akkus mit einem hohen Innenwiderstand, mangelnder Kapazität oder hohem Spannungsverlust. Ja, wenn ihr solche Zellen verwendet und die ankommen, wozu ich auch gar nicht aufrufen möchte, auch wenn ich es selber gemacht habe, dann testet diese bitte und zwar sehr, sehr sorgfältig. Also das heißt, Innenwiderstand messen. Ja, der sollte unterhalb der Spezifikationen sein. Das steht meistens auf der Zelle drauf oder zumindest an einem Datenblatt. Einige bekommt ihr auch bei uns im Forum, die Datenblätter. Den Innenwiderstand könnt ihr mit einem entsprechenden Messgerät messen, zum Beispiel so einem Teil hier. Das kriegt ihr bei AliExpress oder auch bei Ebay. Link ist unten. Könnt ihr dann direkt dort euch anschauen, wenn es euch interessiert. Spannung beim Auspacken. Die sollten eigentlich immer irgendwo bei 3,2, 3,3 Volt liegen, je nachdem. Und am besten auch alle gleich sein. Die Kapazität sollte irgendwo bei plus minus 5 Prozent der Herstellerangaben liegen. Die eigene Messung ist natürlich auch immer stark fehlerbehaftet. Das heißt im Zweifel lieber zweimal messen, wenn da irgendwelche Abweichungen sind. Wenn dann aber Abweichungen da sind, dann seid da bitte vorsichtig. Wartung. Selbst bei gekauften Akkus halte ich eine regelmäßige Wartung für sehr sinnvoll. Also prüfen, ob die Spannungen der Einzelzellen regelmäßig auseinander driften. Also dass sich die einfach unterschiedlich entwickeln. Zum Beispiel von einer Zelle geht die schneller runter als von einer anderen. Was heißen würde, dass diese eine Zelle weniger Kapazität hat. Was auch auf eine schnellere Alterung hindeuten kann. Auch eine gelegentliche Innenwiderstandsmessung tut mit Sicherheit auch nicht weh. Also das würde ich auch alle paar Monate einfach mal machen. Das geht relativ schnell und bringt dir einfach nochmal zusätzliche Sicherheit. Die Leitung und Pole auf Korrosion prüfen ist ebenfalls mega wichtig. Am besten mit einer Wärmebildkamera bei Volllast prüfen. Und auch gerne mal regelmäßig, weil das kann sich auch verändern mit der Zeit. Es kann irgendwo Korrosion entstehen und das Ding leitet nicht mehr ordentlich, wird heiß gefährlich. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist tatsächlich, wenn ich am Akku arbeite, dann bitte die Pole und alles Leitende irgendwie abdecken. Das heißt, wenn ein Schlüssel runterfällt, ein Schraubenzieher, irgendwas und der fällt jetzt total blöd zwischen diese zwei Pole. Was echt, das kann ja ganz gut passieren. Da kann das ganz schnell mehrere hundert Ampere auslösen. Also die fließen dann durchaus. Und das ist wirklich extrem gefährlich. Also bitte hier sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, elektrische Verbindungen. Und das ist, glaube ich, fast tatsächlich der wichtigste Punkt, was die Brandgefahr zum Beispiel angeht. Ja, wie gesagt, das glaube ich, bin mir nicht hundert Prozent sicher. Ich kann es nicht beweisen, aber es ist das, was ich jetzt bisher immer so gehört habe. Schlechte elektrische Verbindungen können lange Zeit funktionieren. Aber es kann dann passieren, dass zum Beispiel bei Lufteinschlüssen zwischen der Verbindung eine Korrosion entsteht oder irgendwelche Beläge entstehen, die den Widerstand der Verbindung hochtreiben und damit dann auch die Wärmeentwicklung. Das heißt, ihr müsst es nicht mal am Anfang merken. Das kann mit der Zeit passieren. Also auch hier bitte immer mal gucken, ist da eine Verfärbung, irgendwas Auffälliges an den Akkus. Auch eine nicht ordentlich angezogene Schraube kann dazu führen. Gute Hilfsmittel, um das Ganze so ein bisschen in den Griff zu kriegen, sind so Leitpasten wie zum Beispiel Nuallox. Das ist im Prinzip Baseline mit so einem Kupferpulver oder so oder einem anderen guten Leiter. Und damit kann ich so Lufteinschlüsse der Verbindung verhindern. Und auch die Pole zum Beispiel nach außen hin mit Vorfeuchtigkeit schützen, was auch eine relativ gute Sache ist. Wie gesagt, auch nochmal ein ultra wichtiger Punkt, das kann ich gar nicht oft genug sagen, Verbindungen prüfen. Also ich mache es immer so, wenn ich den Akku irgendwie angefasst habe oder irgendwas geändert habe oder als ich ihn aufgebaut habe, dann schalte ich eine größere Last an, also zum Beispiel erstmal so die Hälfte, 2,5 kW, und prüfe, ob irgendeine Verbindung hier heiß wird. Also wird da irgendeine Kupferbusbar heiß, wird irgendein Pol heiß, irgendetwas. Also ich gucke wirklich alles ganz, ganz exakt an. Und das immer mit der Wärmebildkamera. Und wenn das geschafft ist, dann probiere ich das Ganze nochmal auf Volllast. Das heißt, ich mache dann volles Rohr, alles was geht. Bei mir sind das 5 kW. Und dann wieder mit der Wärmebildkamera gucken. Ist da irgendwas auffällig? Wird irgendwas ungewöhnlich warm oder so? Das ist wirklich wichtig. Damit findet man das auch sehr, sehr schnell. Man kann auch fühlen und so. Das geht auch. Aber am besten mit der Wärmebildkamera ist es wirklich ziemlich cool, weil man da auch kleinere Unterschiede sehr deutlich sehen kann. Ich kann es auch nicht beweisen, aber ich würde vermuten, dass der Großteil der Unfälle durch miese Verbindungen passiert. Das wegen Kabel ordentlich mit Kabelschuhen, Ringkabelschuhen und so weiter verbinden. Also wirklich die Verbindung ordentlich machen. Das ist ein ganz, ganz großer Fehlerpunkt. Die allerwichtigste Regel in meinen Augen ist eigentlich ziemlich einfacher. Einfach im Zweifel einfach lieber die Finger davon lassen. Das Ganze ist gefährlich. Das ist kein Kinderspiel. Und am Ende seid ihr selbst für die Schäden und Verletzungen verantwortlich, die durch irgendwie schlechte Arbeit entstehen. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr gerne bei uns im Forum vorbeischauen und fragen. Und wir werden euch dann helfen oder im Zweifel auch wirklich freundlich davon abraten. Und ich meine wirklich freundlich. Denn nachfragen und sich informieren ist wesentlich schlauer, als einfach irgendwas anzufangen, was dann möglicherweise schief geht. Also nutzt ruhig die ganze Erfahrung und das Wissen, was wir zusammengetragen haben in unserem Forum und versucht euch da zu informieren. Und im Zweifel lasst es halt lieber sein. Und das Video, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, das ersetzt auf gar keinen Fall irgendwie ausreichende Kenntnisse, sondern das ist wie gesagt von Bastler für Bastler. Und am Ende müsst ihr euch selbst informieren. Ihr müsst selbst entscheiden. Ihr müsst es alles selber wissen. Es sind halt nur ein paar Ratschläge. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo und ein Like da oder supportet uns finanziell. Findet ihr unten einen Link. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.